Oh nice, wir sind aber recht gut dabei. Ich möchte nur auch mal irgendwas machen, weil ich glaube ich habe in der... Da oben ist einer, glaube ich. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rainbow Six Siege. Und ich werde hier gleich mal ein paar Störsender aufsenden. Oh, fick dich. Damit die... Ich würde eigentlich sagen, damit sie uns nicht finden. Aber ich glaube, das hat sich damit dann auch erledigt. Aber ich bin heute immer noch alleine, wie man es hört. Und das wird heute jetzt nicht das Thema sein. Aber ab nächster Woche wird es, wenn ich jetzt nicht falsch bin, dann werden Videos zu zweit kommen. Wenn ich wieder OBS sage, fick dich ins Knie. Aber sonst werden jetzt ab nächster Folge dann immer Folgen zu zweit kommen. Das finde ich relativ nice. Da kann man sich immer so absprechen, wo man hingeht und wo nicht. Ihr könnt ja selbst mal schreiben, ob ihr auch Rainbow spielt und wenn, ob ihr so zusammenspielt oder ob ihr besser alleine spielt. Weil ich finde irgendwie, zusammen ist einfach dreimal so geil. Da kann man sich ordentlich absprechen und so sagen, du gehst dahin, du gehst dahin. Das ist einfach das Beste. Oh nice. Wir sind aber recht gut dabei. Ich möchte nur auch mal irgendwas machen. Ich glaube, ich habe in der... Da oben ist einer, glaube ich. Och Junge, nein. Jetzt will ich endlich mal einen killen. Oh nein. Habe ich einen? Ja. Ja, ich habe einen. Oh mein Gott. Alter, mit dem Handy. What the fuck? Guckt euch das an. Alter. Er war noch nicht ganz tot, aber ich glaube, er war auch alleine. Alter, geil. So, also wenn das jetzt mal kein Like verdient, ja. Dann weiß ich auch nicht. Und sie sind dort vorne. Ich glaube, ich gehe oben rein. Wo sind meine anderen Teammates hier? Okay, nice. Hier habe ich eben den Typen gekillt. Das war echt der geilste Kill, den ich jemals in Rainbow gemacht habe. Also da könnt ihr direkt mal 30k Likes da lassen, ja. Ansonsten weiß ich auch nicht. Und wir sind die letzten zwei verbleibenden. Na super. Das kann ja nur scheiße enden. Vor allem ich als Mega-Pro. Als Über-Pro. Als keine Ahnung was. Und hier sind wir hergekommen. Ist doch nicht dein Ernst. So, ich hoffe, dass ich jetzt nochmal vielleicht mit... Na, 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 na. Warte, erstmal damit hier keiner hinkommt. Dankeschön. Jo, ich bin echt zu blöd zum Schießen, ne. Aber warum können die hier noch herfahren? Das verstehe ich manchmal nicht. Also es steht 1 zu 1. Ich hoffe, dass wir jetzt das schaffen. Weil sonst habe ich echt Angst um die Runde. Aber ich werde die Runde auf jeden Fall nehmen. Alleine schon wegen diesem krassen Kill, Alter. Aber für mich ist das jetzt vielleicht so richtig geil. Ihr habt vielleicht schon mal so einen Kühlschuhn des Öfteren gemacht, ne. Macht das jedes Mal. Och, nö. Yes, nice. Alter. Den habe ich ja... Ich glaube, da. Ich weiß aber nicht. Ich will mal kurz nachladen. Oh. Fuck. Schnell weg, 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 weg. Ah. Scheiße. Ja, okay. Ich hätte einfach smoken sollen. Dann hätte er mich gar nicht gesehen. Wir haben jetzt zwar nicht gewonnen. Es ist leider jetzt ein 1 zu 3, glaube ich, geworden. Aber... Ja, ein 1 zu 3. Aber es gab zwei mega geile Kills. Deswegen, lasst da gerne ein Like da. Schaut bei der nächsten Folge vorbei, wenn ich zu zweit aufnehme. Und ansonsten, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschööö. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö